Hallo und herzlich willkommen bei Virtuos und einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Danke, dass ihr euch eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wo wir das letzte Mal dann so kurz vor Ende gescheitert sind, habe ich jetzt mal fertig gemacht. War aber das gleiche Spiel im Endeffekt. Es ist so, dass die Söldner alle kommen und etc. Das kann man irgendwie nicht vermeiden, glaube ich, mit meinem aktuellen Stand. Aber haben wir geschafft. Jetzt können wir hier das Paket abgeben. Das bleibt dran. Das ist ein Scherz sein. Das ist ein Abguss von einem Schwanz. Was steht da? Für deine Frau Telia, falls sie mich vermissen sollte? Super. War das? Sieht man das nicht? Willst du das für witzig? Das wirst du noch bereuen! Ich glaube nicht. Der kann ja gar nichts. Wer hatte überhaupt keinen Sinn für Humor? Dann können wir wieder raus. Easy go hin. Jetzt wäre alles voller Wachen bestimmt. Nee, Gott. Ich bin jetzt kaputt. Warum bringe ich ihn jetzt? So, dann müssen wir jetzt nur wieder zurück. Gehen wir mal mal hier rum. Ich muss mich verstecken. Was geht ab? Gerade fing ich an, dich zu vermissen. Hast du das Paket schon übergeben? Ich dachte, ich mache einen Scherz und sage, es sei meiner. Er fand es nicht lustig. Warum hast du das getan? Bardas ist ein zorniger, emotionaler Mann. Ich wollte Diodorus loswerden. Das hast du jetzt vermasselt. Wenn du Diodorus loswerden wolltest, dann war dieses Paket gar nicht von ihm. Natürlich nicht. Es war ein perfekter Plan. Jetzt muss ich mir etwas anderes überlegen. Glaub nicht, dass ich jetzt noch einen Abguss für dich mache. Nee, 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 nee. Ist auch nicht schlimm, dass er jetzt keinen für uns macht. Ich kann drauf verzichten. So. Was haben wir hier so noch? Also, den Typen kann man jetzt rein theoretisch gillen. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Davon abgesehen. Das Ganze ist das Einland. Das Ganze ist Einland, ja. Egal, wo war, glaube ich, jetzt Anfang, ne? Bisschen Weg nach oben. Heiliges Gehör. Da müssen wir noch den Schatz plündern. Den hatte ich aber nicht gefunden. Tütütütütütütüt. Oh, na da. Wo ist denn das da lang? Hier gibt es ja den tollen Weg nach unten. Die Frage ist, wo der hinführt. Der führt direkt bis in die Stadt. Ist das Semi? Ja, komm. Das ist ne geile Fahrt. Macht doch Spaß, oder? Das kann ich loslassen. Scheiße. Scheiße. Boah. Ich wollte eigentlich nur testen, ob es geht. Wollen wir uns in Gaul mal dazu? Dann wollen wir mal. Auf geht er. Bisschen steinig hier. Na egal. Wir haben das schon überlegen. Über Stock und Schwein. Brich dir los. Nicht das Gebein. So. Wir wollen aber kämpfen. Nein. Und tschüss. Oh, ihr könnt ja nix. so viel zum Thema. So geht's weiter. Booga ist auf jeden Fall auch noch dazu. Booga ist auf jeden Fall auch noch dazu. Booga ist auf jeden Fall auch dazu. Es macht Spaß. muss ich auch zugeben das ist der Gefangene da ist er doch so, das Thema vom Tüch dann können wir jetzt hier noch ein bisschen weiter ziehen ich will ja versuchen so viel wie möglich mitzunehmen nun bringt uns ja auch alles vorwärts diese Mission an den Orten Schrein des Aris 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 Vorbei Schrein des Aris Schrein des Aris Schrein des Aris So, dann wieder raus. Dann komme ich wieder hoch, muss ich echt klettern? Das war gar nicht so tief, wie ich dachte. So, dann gehen wir auch am Tisch. Ich würde gerne mal kurz hier... Verweilen, eine Sekunde. Mal ein Tageslicht abwarten. Vor uns ist, glaube ich, auch schon wieder der nächste Punkt, den wir abarbeiten können. Oh, okay. That's so, let's go! Oh, okay. Oh, is this the Horp? Oh, ich hatte dich, okay. And I was I couldn't even do this, zu der Serien. Ich habe mich, was ich nicht? Uh, ich habe mich... Ich habe dich genug. Ach, der hier stirbt ist immer so semi-mean. Nimm mal dein Schild ab. Brauchst denn nicht mehr. Dir ist nicht mehr zu helfen. Wieder einer mit Schild. Meine Güte. So. Das Thema durch. Und das Thema durch. Nächster Punkt auf der Tagesordnung. Ja, das sieht so nach Ruinviertel, äh, was heißt Ruin aus. Nach Militärbase. Ja, das ist nicht mehr zu helfen. da war ich doch eine kleine base haben wir da so keine näher nachstehender mal wie easy going das ist mit der taktik und der noch hinten dran ja 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 war das nicht hier ja 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 ich ja 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 So Aber Platz für einen Das gehört nicht mehr dazu Muss man halt da Da noch als letzten Punkt Das weint von mir Das sollte ja kleingestellt werden Und noch mal zurück Und den hinten dran. Da kann ich das. Was geht mit dir? Geht doch. Was ist das Thema vom Tisch? Blat. Blat. Blat! Da, weg! Blat! 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 Fl whit! Blat! Blat! Kommt die denn jetzt alle her? So viele gab's doch hier gar nicht. So. Können tun sie ja nichts. So. 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 Nein, was war ich denn hier? Na egal, Tod ist Tod. So, was wird jetzt noch? Ich baue jetzt aber erst recht nicht. Die Lager ist schon durch. Na gut, ich mache Feierabend für heute. Ich sage mal ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen. Ja, nächste Folge machen wir den Rest dann hier auf jeden Fall noch weiter. Ist ja nicht mehr so viel, deswegen bis dahin und tschüss.